Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Achaika, the path of light of the Nintendo Switch. Start mal. Do you want to start the tutorial? Recommended. Natürlich. Welcome to Achaika Tutorial. Follow instructions at the bottom of the screen to learn the basics of the game. Use R to move the camera. Press X to center camera. Use L to move cursor across the screen. Move cursor over highlighted device on board. While cursor is over device press L or R to rotate it. While cursor press A to grab it. You can move device on the grid using L. Press L or R to rotate. Press A to accept placement or B to cancel and return to cursor mode. You can swap devices by placing your selected device over another. Grab mirror again. Then move it over the highlighted square. Look around the board and find all cryptoglyphs. Move cursor over a cryptoglyph. Then press A to activate it. Learn the history of the ancient and secrets of the path of light by finding cryptoglyphs. Cells are used to charge sacred spot. You can use sacred spot to add hint on the board. When you need help with the puzzle look around the board and grab cell using A. Navigate cursor over sacred spot and press A to place a hint on board. Move selection using L. Press A to accept placement or press B to cancel and return to normal mode. Place hint at highlighted square. Note that for each cell found you can immediately use one hint. After depleting cells you need to wait for sacred spot to charge on its own. Sacred spot will charge only after finding all crystals on the board. Try to collect all remaining crystals. Note. Genau. Try to collect all remaining crystals. Schauen wir mal. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. To solve the puzzle you need to illuminate all crystals to enable light well. Place device on the circle to illuminate crystal. Light well is now enabled and you can use it to finish this puzzle. Navigate cursor over light well and press A to complete tutorial. Umps. Okay. Initiation ring. Light well. Play. Initiation ring. Light well. The initiation ring dwelling forces awaken when light touches the crystals. Only fully charged light wells bring peace to the world. Und nichts anderes wollen wir. Wir wollen Frieden in der Welt. One more to go. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Hier ist noch so einer. Light well. The well must be filled with the light in order to offer its power to the gods. So wir haben hier einen. Zack. Den machen wir hier hin und dann können wir das aktivieren. So little is known about the ancients and their creation. Each and every light bearer wanders in mist leading the lost. Cryptoglyphs 2 von 2. Wunderbar. Two peaks. Two peaks or not two peaks. Okay, da sehe ich schon ein paar Sachen. Sowas. Sowas. Und ein dritter vielleicht noch. The gods lamentations are resting place of torment. Dann haben wir sowas. Dann können wir hier. Achso. Ähm. Jetzt schauen wir mal wo wir einen Spiegel haben. Da ist noch ein Kristall. Find cells to activate it. Bob. Ja. Achso. Ah. Hier. Huh. Ach, hier ist ja noch einer, hier ist ja noch einer, den habe ich total übersehen. Das heisst wir machen das, ups, so und den hier machen wir hier rüber, ok, oh und dann geht es hier rüber, die finden wir auch, momentan sind die noch recht offensichtlich platziert. Recovered particles of the divine might will activate the sacred spot, if the spirit weakens within the bearer's heart. Dann schauen wir mal, dass wir die Clue-Dingsbums auch finden. Nehmen wir den noch mit, dann hätten wir hier alle. So, Clues sollten wir hoffentlich eher nicht brauchen. Oh. Ok. Das ist, das ist ja spannend. Also wir könnten hier jetzt einen Hint verwenden, oder hier drüben. Aha. Da will er was hinhaben. Aber warum? Wenn ich jetzt das zum Beispiel so hin baue, dann ist er wieder nur die Hälfte. das stimmt schon. Illuminating all crystals. Ansonsten ist ja nix mehr, ah, kann ich das hier auch vielleicht drehen? Ah ja, allerdings nix, aber wir könnten das nicht. Da kann ich nicht so hinnehmen. Ich nehme das hin. Was hast du jetzt so hinbekommen? Ich nehme das ab, dann habe ich den Hinten nicht mehr für einen Zug. Ich stehe total daneben. Okay. Das Ganze ist aber nur hier. Und dass er das verstärkt, ... ... Irgendwas... Das ist hochgradig peinlich. Ich kann das nur hier so verstärken. Da geht es nicht weit genug. Kann ich hier ... Ah, ich kann es hier resetten. Ach so, dann muss ich das hier nochmal machen. Ähm ... Moment ... Das ging ... Ja, eigentlich ... Ganz schnell soweit ... Okay ... Dann haben wir noch hier die Kristalle gefunden. Hier, hier und ... Äh ... Wo war ... Der dritte ... Ja, hier ... So, und ... Das hier rüber ... Gut ... Das war die eine Geschichte ... Jetzt würde ich dann noch gerne wissen ... Er ... Eins ... Zwei ... Jetzt würde ich einen Hint gerne hier ... Ja, aber ... Das stimmt soweit ... Und ein Hint hier ... Aha ... Mann, bin ich doof ... Das ist ... Okay, das ist ja klar ... Hm ... Ja ... So, jetzt haben wir, glaube ich, alles ... Mensch ... Oh, ist das peinlich ... Haha ... Ok ... Altar of glory ... Ok, da geht es auch jetzt um Farben ... Two more to go ... Hm ... Hier ist noch einer ... Und hier ist noch einer ... Tesseract ... The light needs to conquer many tricky paths ... But in the end ... All roads lead to the temple ... Of the light ... So, hier hinten ... So, hier hinten habe ich einen Kristall erblickt ... Hier ist auch noch einer ... Und einer muss noch irgendwo ... ... sich verstecken ... ... sich verstecken ... Da ist er ja ... So, was haben wir hier ... Ähm ... Pam, 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 pam ... Ähm ... Pam, pam, pam ... So ... So ... So ... Und ... Der hier ... Hier hin ... Äh ... Hier hin ... So ... Oh ... The fire from the sky has rained down for centuries ... Through divine intervention a way has been found to gain the advantage ... Truths are carved in stone as a reminder of past days ... ... ... Yay ... Oh ... Shows ... ... Blocked Achievement ... ... Select Sign to see its meaning ... ... Meaning ... 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 Da gibt es die verschiedenen Level, Mountain Path, so jetzt wird es interessant, erstmal mal eine Runde suchen. Beam Breaker, when there is no straight forward path, one can always bend the light. Und hier geht es schräg. So und so. Eigentlich total interessante Puzzles. Gefällt mir. So. Einem noch irgendwo sein, hier unten. Sources of Might away places blessed by the priests. Allowing the bearer to continue on his hearth. Okay, hints haben wir, also crystals haben wir hier alle. So. Das wird jetzt auch interessant. Ich nehme mal, schauen wir mal, wenn wir den jetzt weg machen. Und den hier genau so drehen. Ist es doof. Ähm. Weil. Pfuh. So ist gut. Gut. Wir müssen hier irgendwie, da geht es nicht weiter. weiter. Hmmm. Also das wäre, das passt grundsätzlich. Glaube ich. Na, hier müssen wir das irgendwie so und dann so. Ha. Aber jetzt. Sehr, sehr schön. Ui. New achievements unlocked. Ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie viele Puzzles das es hier gibt. Die werden erst alle mit der Zeit freigeschaltet. Was ich allerdings sagen kann ist, dass sie zumindest für mich schon jetzt ganz schön einfordernd sind und Spaß machen. Many of the light bearers have faced the initiation ring. Although not all were worthy, it must be said. So, das wird jetzt heftig für mich. Okay. Da muss auf jeden Fall der rote. Nö. Nö. Beide müssen dort. Beide müssen schräg gebrochen werden. So und so. Jawoll. Haha. Illuminate stone key to unlock access to the secret level. You don't need to activate all stone keys to complete a level. Okay. These are hints left by the builders for the diehards. Once put together they will open a secret door. Okay. Das heißt. First stone key has been unlocked. Passage to the hidden level is opened by uncovering all of the artifacts. Okay. Wir haben alles gefunden hier. Und können irgendwie später dann scheinbar secret level äh. Ja. Spielen. Spielen. Okay. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.